Es zirpert Grille, es windet durchs Gras, der Chris und der Raffi sind wieder dran. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nein, es ist schlecht. Wenn's oben schifft und unten seicht, es ist gut, das Walzerwasser. So blöd! Ah, lass ihn einfach bleiben! Was? Der ist gut, der ist nicht von mir. Das ist Marco Cello, das ist klassische Schweizer Comedy. Ah, sonst machen wir einfach nicht mehr. Nein, wir sagen einfach nur noch. Wir singen nur noch! Hallo miteinander! Da ist der Chris und der Raffi vom Geek in die Geekstüffel. Von den Nerdy Birds! Wir spielen Legend of Zelda Breath of the Wild. Im Must-Mode. Must-Mode. Ja, ähm... Also, red mit dem Broccoli. Geh... Wie gesagt, ähm... Es ist, ähm... Wir sind absolut kein Meister in diesem Modus. Oh ja... 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 Nein, ich will das nicht mehr. Ist okay, ich schaue in Zukunft. Du dich angewöhnen, dass du das einfach richtig ranbekommst. Ich muss mich an dich angewöhnen. Ja, du hockst bei mir auf meinem Sofa, am Meme-Fernsehen, im Meme-Studio. Mit meiner Konsole und meinem Game. Ich habe das gleiche Game und die gleiche Konsole. Den ganzen Rest hast du nicht. Fick dich. Wow. Alles so. Soll ich jetzt wirklich? Ja, du musst ja. Ja, du musst ja. Die Schatztruhe geht vorne auf. Ausser, du willst einfach dieses Inventar nie erweitern. Das fände ich eine recht schlechte Idee. Komm, greif es an. Ja, der heilt sich sonst. Könntest du einfach die Bomben herabschmeissen. Ja. Jetzt musst du aber mal langsam zu ihm hergehen. Ah, Raffi. Jetzt reile mich aus. Iss. Iss etwas. Dann etwas essen. Du machst mich nervös. Uh, nicht schlecht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Was passiert? Welche ist es? Bäh. Ja, fast. Jawohl, hol seine Knie. Mach ihn kaputt. Schnell. Äh, nein. Ja. Oder der Bummerang. Ist ein Zweihänder. Der Bummerang ist ein Zweihänder. Der Bummerang ist ein Zweihänder. Nein, ist ein Neinhänder. Nein. Schau ihn an. Ähm. Was habe ich jetzt wollen? Was habe ich jetzt wollen? Was habe ich jetzt wollen? Ich weiss es nicht. Nein, nicht. Ah, Mann. Das füllen vier Herzchen auf. Jaha. Das ist Verschwendung. Schlechte Idee. Yes. Er ist runtergefallen. So. Oh. 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 Seht ihr das? Ja, ich weiss es nicht. Nein, sie leben noch! Nein! Scheisse! Oh, kann nicht auch pumpen. Aber Schweine. Ja, ich weiss nicht, ob du sie killen kannst mit dem. Wow. Ah, nein! Es ist zu früh detoniert. Aber die Richtung ist gut gewesen. Vielleicht fällt es sogar ab, wenn wir Schweine haben. Nein. Ja. Haben wir das nicht das letzte Mal durchgenommen, Raffi? Weil irgendjemanden, ich will keine Namen nennen, aber irgendjemanden... Kein einziger anderer als du. Jawohl. Ja, der wird zu lange nicht. So eine Runde fallen. Ich lasse eine Runde fallen. Wo ist er? Vielleicht... Jetzt? Jawohl! Jetzt die andere auch noch. Der stirbt jetzt noch nicht. Und der... Ja, ja, jetzt! Yes! Ah, geil! Gut gemacht. Jetzt kannst du die Kiste holen. Ha! Ja, komm. Yeah, Bro. Das ist jetzt wirklich... Ja, also... Ich bin langsam zuversichtlich. Das könnte gut werden mit uns. Dass wir es schaffen. Ja. Ja. Oh, gut, stimmt. Was? Ja, der... Ja, der... Bist du ein lauter? Bist du mal ein bisschen leiseriger? Martin Luther. Ha! Martin Luther King. Ja. König. Union. Ui! Hoi! Rassel. Schauen wir den Rassel neu an. Was machen wir? Waffen? Ja, ja, ja. Definitiv. Von denen brauchen wir am meisten immer. Dann können wir gerade zweimal die Waffen verbessern oder vergrössern. Waffentasche. Kennen wir schon. Stimmt's. Puff! Patsch! So lässig. Jetzt kann ich noch mehr Ruhe reinpacken. So. Ich habe meine ganze Zeit jetzt verpläuschelt. Für... Einen Kampf. Zwei rauslöp. Aber das ist wichtig. Das ist Story Stuff, würde ich sagen. Story Stuff? Man, das Spiel hat keine Story. Ja, eben. Aber ich meine, wir haben gesagt, wir machen Divine Beasts und die sind theoretisch auch überspringbar. Gut. Fertig. Fertig, ja. Go, hol das Pferd. Wo ist es? Riff's mal. Ah, dort. So geht das, gell? Was? Jawohl. Nein, umgekehrt. Du musst die Pfeiftaste drückt behalten und die Trenntaste spamen. Genau. Spamen. 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 Weißt du, was könnten wir dann nochmal machen? Was wollen wir machen? Jetzt, wo ich den DLC auf meiner Konsole habe, könnten wir eigentlich den Teleportier-Sattel holen. Dann können wir das Pferd überall brauchen und jederzeit rufen. Weisst du, wo er ist? Jetzt können wir herausfinden. Scheiss auf dich. Ich habe es mit Krok gesagt. Krok, Entschuldigung, Krok. Ja, wir können sagen Kroks, dann machen wir heraus. Mir ist gleich. Ah, Rössli. Ah, Raffi. Ja, nice. Rössle dich. Link, Chris, Raffi. Was? Ich komme nicht mehr raus. Rössli. Es heisst Eis. Es heisst Eis. Ich hasse Eis. Das Eis macht was mit. Du hasse Eis was? Eis was? Das Eis. Seitwärtsgang. Aber den kannst du machen. Triffst du das Auge mit dem Pfeil? Komm, komm, komm. Nein, das Auge hat mit dem Pfeil getroffen. Wieso? Soll sowas passieren? Da nicht, aber mit dem anderen. Ja, jetzt hat es verkackt. Was war das für ein diagonal Seitwärtsgang? Kaka Riko. So. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Du bist eigentlich gleich schnell zu groß. So. All die blöden Quests machen wir nicht. Wir gehen jetzt zu den alten Impen. Ja. Und danach zu den Shrider-Tor. Und zu den Fee. Nein, die Fee bringt jetzt auch noch nichts. Moll. Nein. Erstmal, wenn alles abgeschlossen ist, kannst du zu dieser Fee. Das ist nicht wahr. Nicht? Du kannst jetzt schon zu einer Fee. Aber das... Lass mich durch, Mann. Ja, ja. Ja, weisst du. Bla, bla, bla. Oh mein Gott. Der ist der Link. Ah, schnell. Ganz so dimple. Okay, gut. Entschuldigung. Wir haben schon 100 Jahre auf dich gewartet. Okay, gut. Ich sterbe den Weg. Ja. Ah. Oh ja, es ist so hart. Oh. Ja, Mann. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh ja. So männlich, wenn er mit seinem Nintendo Switch T-Shirt dort startet. Switch. Switch. Mit seinem... Papapapapaya. Weisst du wieso, dass sie Paya heisst? Nein. Nicht? Nein. Hast du sie nie gefragt? Wieso hat sie Paya? Weil sie ein Muttermal hat, das aussieht wie ein Papayakern. Und wo hat sie das Muttermal? Ja, das kannst du sie fragen. Hat sie es? Sie sagt es doch nicht, aber es wird ihr sehr unangenehm. Ja, im Fall wirklich, sie hat es auf dem Arsch packen. Gell? Ja. Das ist irgendwann cool. Nein, Raffi, tut's. Die Kinder schauen zu. Ja, nein. Mal. Nein. Mindestens eines, von dem ich weiss. Du kennst es sogar. Oh, shit. Impa! Ich bin hier! So. Baff! Türen eintreten. Sorry, ich bin hundert Jahre spart, ich weiss. Ich bin also endlich erwacht, Link. Ich bin eine alte Frau. Also eigentlich nicht. Aber ich versuche es jetzt zu tönen. Das kannst du übrigens überspringen, gell? Ja. Ah, Jährchen mehr. Habe ich wohl auf dem Bucke? Nein, zuerst X und dann Plus. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Hä? Komisch. Nicht mal, weil du lügst. Du lügst immer. Ich lüge nie. Du lügst immer, du bist ein Luggi. Eine Lügenpistole. Jetzt fertig? Jawohl, das war's. Jetzt kannst du wieder drüber skippen. Vielleicht musst du ein bisschen leisiger machen. Ich habe das Gefühl, das ist recht laut. Du bist ganz laut. In das Gesicht. Wolltest du weiter drücken? Oh ja, danke vielmals. Lieb von dir. Ich bin der Spamman, oder was? Spamman! 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 Oh. Äh, ja. Was ist das? Ah, nein, sorry. Ich muss mit dir noch mal sprechen. Oh, eben. Du siehst. Du hast ja schon mal einen Spieler, der zu viel gespielt hat. Ich bin wieder da. Hallo! Ich habe mich dafür entschieden, dass ich doch noch etwas sagen will. Natürlich. Oh ja. Bla 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 bla. Ah ja, stimmt. Mhm. Okay. Wir gehen jetzt ein bisschen schlafen. Wieso nicht mehr schlafen? Damit wir müde sind. Ah ja, stimmt. Wir können sie überspringen. Ah, wir können es geben. Was ist passiert? Du schreibst, für die, die es nicht wissen. Ich weiss es. Ich weiss es. Für die, die es nicht wissen, das ist der falsche, das ist der falsche Let's Play zum schauen, wenn man es noch nicht wüsst. Schalt ab. Schalt ab. Gehen wir uns gerne gamen. Wirklich. Alles klar. Ähm. Ja, es ist um die grosse Lore und Backstory dieser Welt gegangen, von diesem Game eigentlich. Und äh, ja, ja, bla bla bla. Ja. HT, you know? Ah nein, fuck. Ich hätte einfach sagen. Nein, es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist alles. Zunächst. HT? No. 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 Oh Mann. Es nimmt keine Qualität zu. In Party Weise. Willst du wieder weiterspielen, oder? Uh. Oh, hallo. Ja, jetzt ist es Zeit, um Tschüss sagen. Ist es? Ja. Tschüss. Hey, ich will Tschüss sagen. Also ich meine, ich will das Bottos suchen. Okay. Stannis Feuerchen. Hey, nimm dir Zeit, gell? Es ist nicht so, als ob wir da irgendwie Zeit verplömpeln würden. Okay. Jetzt wird mir jetzt einen schönen Platz zu Tschüss sagen. Du weisst schon, dass ich einfach irgendwo abschneiden kann, wenn ich will. Und dann einfach das Tschüss reinschneiden kann. Hopp. Was? Tschüss miteinander. Ist das jetzt? Diese Pflaumenbäume pflege ich schon. Sind sie schon fast ein Teil von mir. Ja. Während wir weiter den Pflaumenbäumenbäumen stressen, könnt ihr ein bisschen Abstand von uns nehmen. Genau. Zeit gewöhnen. Entspannen und wieder einschalten. Und dann andere Let's Plays für uns anschauen. Genau. Ja. Und dann in 24 Stunden nochmal kommen. Nein, dann machst du nicht 24 Stunden. Ich komme einmal in der Woche. Nein, zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche. Aber ja, 24 Stunden ist stimmt nicht, ja. Nein, das ist falsch. Er lüge schon wieder. Nein, ich lüge nicht. Ich kann es einfach nur... Ich bin müde und verwirrt. Es ist Jack. Also er ist verwirrt und noch mit dazu. Ade. Für sind zumindest wieder. Ja. li Neun laden. Wir sprangen zu gleich hinzu. Okay, okay, okay.